Hallo, seid gegrüßt, liebe Gaming-Fans. Herzlich Willkommen zur drittletzten Episode von AMA3 Altis Live. Heute bringe ich euch, zumindest wollte ich das, die Highlights von dem Altis Force Server, von unserem eigenen Server-Thema gehabt haben. Und das Problem ist nur, dass meine Video-Files irgendwie corrupted sind. Es wäre dabei gewesen, in der Bank von der Perspektive als Polizist eine Geißelnahme. Da haben wir sogar geschafft, die Geißeln zum Befreien, indem ich einfach im... Ihr könnt es euch vorstellen, ich erzähle es euch heute schnell im Nahkampf, aber ich bin hingegangen als Polizist und habe den dann einfach gefesselt. Dann hat uns da andere Chancen, die Geißle doch wurde befreit, weil ein Dritter quasi sich reingeschlichen hat von der Seite. Es wäre ein richtig geiles Video gewesen, weil ich euch bis zum Ende klebt habe auch. Aber leider war das Video-File corrupted. Das Vegas kann das Dirk-Story-File, mit dem ich es damals auch rekordet habe, nicht aufmachen. Ich kann es nicht kompetieren, ich habe alles probiert. Da waren auch noch zwei andere Aktionen dabei, wie wir wieder das Rebellen gespielt haben am Aldi-Swar-Server. Die Aktionen könnt ihr halt leider nicht sehen. Das Einzige, was noch funktioniert hat, war eine Verfolgungsjagd, nachdem wir, wie wir Cops waren am Markplus-Gran sind, beschimpft worden sind. Und ja, da habe ich eine kurze Verfolgungsjagd, die zeige ich euch halt. Mehr Highlights gibt es leider nicht, wie gesagt, weil drei Files noch corrupted sind. Und im Endeffekt haben wir eh nicht viel gemacht auf dem Aldi-Swar-Server. Warum und wieso die Episoden von Aldi-Swar-Swar aufhören, erkläre ich euch dann in der nächsten Episode ganz genau. Da möchte ich auch ein bisschen erzählen, wie das Ganze begonnen hat, wo dann der Höhepunkt quasi war in diesem Rebellen-Clan mit unseren Freunden und warum es dann eigentlich bergab gegangen ist und warum das Ganze wieder aufgehört hat, zumindest warum sich ein paar Leute, ja, dann quasi entfernt haben von dem Ganzen. Ich hoffe, euch interessiert es. Ich lasse euch jetzt diesen kurzen Clip noch anschauen von der Verfolgungsjagd. Tut mir leid, dass die anderen nicht funktionieren. Wie gesagt, ich habe alles probiert mit Konvertieren, Daten retten, ja. Funktioniert nicht, akzeptieren wir es, so wichtig war es auch nicht. Wäre halt der dritte coole Geißelname gewesen für euch. Ja. Viel Spaß trotzdem wünsche ich euch, liebe Freunde. Nächstes Mal habe ich ein bisschen was zum Erzählen halt. Punkto, wie alles begann, wie alles endete. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem kurzen Clip jetzt. Mein Name ist Quadox, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Austrian Gaming Vault, out. Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt eine kleine Wanze. Shadow, shadow, shadow. Warum? Hat er doch super hineingebringt. Hat dich warm gefühlt, was denn? So viele Autos hier, ey. Geld. Ey, Juhurenzöne, fuck the police. Fuck the police, fuck the police, fuck the police. Oh, fuck the police haben die gesagt. Boah, nein, die haben fuck the police gesagt. Hinterher. Er bleibt steckst du in der Kusche? Ja, ja, passt schon, passt schon. Da kloppt er, da kloppt er, da kloppt er. Ja? Ja, der kloppt. Wie sieht es aus, wie der kommt? Aus der Straße. Oh, bitte. Dass die dicken Autos zuerst fahren und zu schmierigen Straßen. Dicken in der Mitte hängt. Ja, überholt. Vorbei. Wie kommt man denn hinterher, ey? Aber es sieht gut aus. Ich höre mich glücklich. Mach mal andere Seite. Ja, fahr mal auf der rechten Straßenseite, ich überhole mal. Oh, Speedy. Ja, entspann dich. Der erste haben wir. Ja, da sind beide tot. Echt? Guck mal, guck mal, wie der Verteil gefahren ist. Ja, der eine, der eine. Nee, beide. Nee, beide. Ja, der war ja nicht lang. Ja, aber einer fehlt noch. Da war ja gut, ey. Ist er drüber gefahren? Nee, der ist los an der Wand. Nee, der andere, ja. Also, dieser Platz an der Wand. Ja, also, ihr habt jetzt schon gewonnen, wo die ganzen Sirenen angegeln, weil ihr habt uns nicht eingeschüttet. Komm, der Kaufgäste. Ihr habt uns eingeschüttet. Ja, ja. Ja, einfach zu drauf zu fahren, ey. Kann man denn auf der geraden Strecke da irgendwo crashen, ey? Das war gar nicht auf der geraden Strecke, jetzt war alles gebläht. Da war der Flügel mit hochgezogen, auf einmal voll gegen Laterne, also, das war ein bisschen ungewollte Feinheit. User was moved out of your channel. Genau, beim ersten Mal verkürzt gleich alle Sirenen, nicht so scheiße. Hast du jetzt gedacht, dass da keiner wieder herkommt, oder was? Ja, alle, alle. Altes Wolf halt. Na, dann fahr ich mal wieder. Das ist wieder. Das ist ein 3 Minuten Video nicht einmal, hier mit Intro. Das ist ein 3 Minuten Video, die Scheiße, da, ey. Leute, das ist wirklich toll. Da, dann wissen wir heute schon alle.